huu liebe leute hallöchen herzlich willkommen zurück hier beim minecraft the beast infinity mit mir den pfreaks so die welt braucht ein kleines bisschen guck mal j karte ich habe nämlich gerade neues update bekommen vorher haben wir halt auf der version 2.5.0 gespielt und jetzt spielen wir auf der version 2.6.0 ja ich hoffe es legt nicht mehr so wie vorher da ist bekanntermaßen nix drin und die arbeitet nicht obwohl sie schon gearbeitet hat okay altbekanntes problem mehr energie ja und es leckt hier vorne immer noch dieser genau wir waren hier stehen geblieben wir brauchen mehr mehr öfen mehr kohle mehr energie produktion so dann brauchen wir hier hinten die sterling generatoren da brauchen wir auch jede menge von äpfel haben auch genug super so am besten genau ich habe gerade reingeguckt chicken chunk ist raus also chicken chunk loader den gibt es nicht mehr wenn man guckt chunk hat man nur noch hier diesen chunk loader von steves cards und minecraft factory oder halt anker die welten anker hier äh von raycraft deswegen ja müssen wir nochmal gucken wie wir das mit dem chunk loader machen sollte aber denke ich mal kein problem werden ja wir machen weiter mit ofen wir haben ja gesagt wir brauchen redstone öfen so zink zahnräder wir brauchen zwei stück heißt das wir brauchen zwei von den dingen habe ich hier noch einen äh nein hier habe ich zwei stück genau richtig so äh zwei von denen da brauchen wir zwei kupferzahnräder aber auch dann brauchen wir zwei von den dingern und zwei die haben wir machen wir mal so machen wir so weil genau zwei stück 1 2 1 2 1 2 wir brauchen noch sechs von denen heißt also wir brauchen clay hatten wir clay hier nicht genau werden hier clay 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 war nix fertig hauen wir durch komm so äh und die öfen dann brauchen wir nur noch zwei redstone eins haben wir da muss ich ehrlich einen so einen block zerlegen dann habe ich hier noch einen redstone nein so habe ich jetzt den redstone ich habe sogar noch einen sterling generator das ist sehr schön hier kann ich mein mobstuff rein werfen gold raus die dahin so einmal zweimal klack so da rein den auswählen ein ach ich brauche viermal kupfer ok kupfer äh den und ein eisen in der mitte noch ein eisen in der mitte zweimal die klack den so wat kupferzahnrad ach ich brauche noch mehr von dem kack einmal zweimal so ja so zwei stück top so dann kisten die dann brauchen wir die dann brauchen wir die dann brauchen wir die und das war es eigentlich ne ja normale kisten also zwei das riecht mich auf so zehn schalala so so äh das ist hinten heißt also leer 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 konfiguration leer 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 konfiguration dann den klack und klack und kisten und da und da dahin dahin so wir brauchen ein kabel hier tup tido so so der hat keine energie wir brauchen oder hier noch hier Brauchen wir den? Okay, liebe Leute, ich sehe schon. So leicht kriegen wir das alles nicht hin. Ne, den behalte ich und die behalte ich. Die können hier bleiben, das kann hier bleiben, das auch. Die Schaufeln nehme ich mit. Das kann hier bleiben, das kann auch hier bleiben, das kann hier bleiben. Die, das kann auch hier bleiben. So, die Schalter können hier bleiben, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Und die Kisten nehme ich mit. Jo. Rüstung? Naja, passt schon. Äh. Läuft das denn jetzt mittlerweile hier so halbwegs, okay, die haben Strom gekriegt, die haben Strom gekriegt. Die haben wieder Strom, die auch, die auch, okay. Die kriegt auch gerade Strom, okay. Und hier sehen wir. Und hier sehen wir sie, dass ich nicht in der Lage habe. Und hier haben wir sie. Warum kriegen die mich eigentlich auf so lange Range anvisiert? Das ist mir immer noch ein Rätsel. Klack, 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 klack und hier runter. So, und hier runter. Wir nehmen den Hammer in die Hand. Und gehen in die Farm. Hm. Ja, komm. Tju. Ich hab einen Wisp erschlagen. Leck, 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 okay. Leck hat aufgehört, okay, und weiter. Gold, gold mal wichtig, gold mitnehmen. Eisen auch wichtig. Immer mitnehmen. Oh. 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 Kohle. Auch mitnehmen. Okay. Hm. Wir haben eine Höhle gefunden. In dieser Höhle gibt's Kupferbüsche. Plupp, plupp, plupp. Plupp, plupp. Hab ich keinen Platz mehr? Die raus. Oh. Plupp, da runter. Alles klar. So. Äh. Wir haben Kisten. Ein, zwei. Plupp, plupp. Plupp, plupp. Lü, 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 lü. So, Kisten. Ein, zwei. Plack. wir machen da mal den dahin sagen wir mal zwei runden stein erreicht ja genau so machen wir da weiter flug flacke flacke nicht flacke farmen 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 ja und warum weil die query noch nicht läuft wofür gehen wir fahren damit die query läuft alle leute das ist ein teufelskreis ja auch club Klopf, 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 klopf. So, ein hüpftes Steinchen, sehr nett, so gehen wir hier weiter. So, ach ich liebe es, mein Inventar schon wieder voll, ist meine Kiste, habe ich mich jetzt verirrt. So, da ist er ja, so zurück, Stein einsammeln, jeder Stein kann kostbar werden hier, und auch alles, sein Gravel kann kostbar werden, so. So, hmm. So, plopp, plopp. Plopp. Und ich bin schon wieder voll. War ja klar. Noch was snacken. Noch mehr snacken. Stein raus, Erde raus, das raus, und wir gehen nach oben. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Das ist auch alles in Ordnung. Oh, wir haben schon 36 Level. So, das jagen wir da durch, das, das, das. In der Reihenfolge. Das kommt alles raus. Die kommen da durch. Ne, da hin. Ach, ne pinke Koralle. Wir brauchen ne pinke Koralle. Keiner. Aber, wir brauchen wieder nen heilen Hammer. Der Vorteil ist, wir haben genug Stein, daher können wir unsere Werkzeuge immer wieder schön reparieren. Ich wüsste schon, warum ich die Steinwerkzeuge genommen habe. Ja Leute. Nehmen wir hier so ein 63er, ach komm, wir haben oben genug Holz, und zwar genau hier, den, so, und zwar machen wir so, klack, genug Fackeln, raus, 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 okay, ich nehm 64er mit, hierfür, 23 haben wir über, geh mal da rein. Pulverisiertes Gold, haben wir hier noch, nein, haben wir nicht, oh, Aluminiumpulver, hier, Aluminiumpulver, klack, 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 oh, Kupferkuppen, flupp, ein Kupferbarren, ist auch nicht mehr, also alles was über ist hier rein, hier euch, geh weg. Oh, die überfüllt auch schon, hier geht's gut, die ist leer, aber hier ist was drin, da ist was drin, da ist was drin, ja, das passt, hier ist noch was drin, da ist was drin, hier ist auch was drin. Das rollt. Hier ist eine nicht ausgeleuchtete Stelle, das ist, hier ist eine nicht ausgeleuchtete Stelle, aha. F7 bringt's manchmal, so, F7 aus. Schalala. Schalala. Momentan nix, aber wir können hier plündern. Und zwar. Das. Das. Oh. Hallo. Hallo macht doof. Ich weiß gar nicht, wo das Sprichwort herkommt. Irgendwer hat mir das mal immer gesagt. Hallo macht doof. Okay. Haben wir schon wieder jede Menge Stuff, den wir verarbeiten können. So. Hier drin. Boah, das wird auch ganz schön viel. Jede Menge Torf. Sand. Nicht schlecht. Oh. Klack, 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 klack. Und mit diesem. Und wenn wir nicht schlafen können, verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ne kleine Farmtour ne? Aber unsere Query läuft, das ist wichtig. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.